Aufnahmen 3, 2, 1... Hallihallo, da sind wir wieder. Und wir beginnen Mission 19, das Angesicht des Dämons! Gleich. Nee, Moment. Doch, jetzt. Fast. Wir nehmen mal reine Goldwaffen. Bringen vielleicht Glück. Aha, Elok spielt also Call of Duty. Ist ja interessant, darum wollte ich Steam ausmachen. Aber dann sehen wir die Errungenschaften, ich weiß nicht, ob ihr die sehen wollt. Ist immer so ein zweischneidiges Schwert, Steam. Kommen wir da jetzt durch? Nee. Warum habt ihr mein Kind getötet? Ich frage erneut. Warum habt ihr mein Kind getötet? Weil du meine Mutter getötet hast. Ah. Also war es Rache. Ich verstehe. Es war mehr als nur das. Oh. Für die Freiheit. Freiheit? Ihr scheint alle Freiheit zu haben, die ihr braucht. Die Freiheit, meinen Erben zu töten. Ich meine nicht meine Freiheit. Die Freiheit der Menschheit. Menschheit. Und was glaubst du, würde die Menschheit wohl mit Freiheit tun? Als ich kam, hatten sie die. Was denkst du, haben sie damit angestellt? Gekämpft. Getötet. Gehungert. Ich brachte ihnen Wohlstand. Gefeiert. Was? Ich brachte Struktur. Was hast du gebracht? Außer Gewalt. Krieg. Tod. Ja, stimmt. Hast recht. Wir gehen wieder, ne? Komm schon, Tante. Mach ihn wütend. Weißt du was, Mundus? Du hast recht. Es war nicht für die Menschheit. Es war es war Rache. Ich muss dir sagen, dein Kind so zu töten. Zu sehen, wie es in kleine Teile zerfetzt. Und zu hören, wie du wie eine deiner Dämonen-Schlampen schreist. Unbezahlbar. Hui! Jetzt nicht die Frage, hast du ihn wütend gemacht, bitte. Das wäre echt zu. Du wirst zusehen können, wie ich dich denn pulsierendes Herz verschlingelt. Okay. Machen wir das Ding... Na komm schon, schließ das Feldentor. Ich sehe ihn, die kommt uns bekannt vor. Komm schon, Tante, du schaffst es auch ohne ihn. Wörtel wird versagen. Das Feldentor. Doch nicht. Was hast du getan? Was hast du getan? Lass meinen Bruder in Frieden. Wer ist dann das große Problem? Geht's dir gut, Tante? Hast dir viel Zeit gelassen? Gern geschehen. Wunden sind schon weg. Sehr gut. War ja klar, dass er mit einem Schlag weg ist. Obwohl er wahrscheinlich sehr geschmerzt haben dürfte. Das erklärt zumindest, wieso man für Yamato auch das Feldentorportal in Devil May Cry 4 eröffnen kann. Also nicht mal selbst, aber es passiert dort. Werde ich das jetzt nicht so gut sagen? Ja, das ist auch nicht ganz safe hier unähnlich, muss ich dazu sagen. Da kommt es auch so einen hübschen Wiesen. Obwohl der da wirklich hübsch war, hat er gestoßen. Und? Ach, der sieht ja echt aus. Mach dich bereit, Tante. Wenn wir ihn töten? Ja, das höllendor ist zu. Niemals. Hast du einen Plan? Siehst du sein Auge? Ja. Sein Dämonenkind hatte sowas. Damit sollten wir anfangen. Okay, wir müssen das aufkriegen. Ich bin von das. Du bist ein Arschloch. Beschäftige ihn. Ich versuche, sein Auge zu öffnen. Greif hier nicht an. Bleib einfach am Leben, bis ich sein Auge freilege. Ich versuche, ein bisschen auf Virtual-In-DLC-Spielen zu lösen. Ähm, ich kann mich eigentlich kaum bewegen. Ich glaube, ich soll das jetzt. Boah. Wee! Soll ich jetzt erstmal so ein Jump'n't Runen, oder? Ach, cool. Okay, ich glaube, bei dem werden wir wahrscheinlich keine Pistolen haben. Das ist gerade eher ein Geschicklichkeits- Das ist aber stabiles Glas. Ich hätte gerne die Firma, die das herstellen können. Was wir nicht alles können, also die beiden Brüder. Klasse gemacht. Hä, der ist aber recht, der Brechling. Danke. Hast du das gesehen? Ja, ich sehe es. Er steckt noch immer da drin. Irgendwie müssen wir es hineinschaffen und ihn töten. Das ist ja wirklich ein Teil 4. Also wirklich. Diesen Riesen sozusagen, der jetzt wahrscheinlich gleich mit Laserstrahlen aus seinem Bauch schießt. Das kam zumindest schon davor. Nee, er muss nicht hier. Warum war sein Körper da drin? Mundus ist mit seinem physischen Körper verschmolzen. Deshalb muss er ihn beschützen. Also wenn wir seinen Körper finden, töten wir Mundus. Oh, ich weiß. Achso, da geht's runter. Ich wollte gerade schon sagen, hey, wie geht's hin? Wieso kann Virgil normale Türen auftreten? Aber wir waren dafür jetzt im Gettbewerb. Aber ich glaube unsere Waffenauswahl ist dafür um einiges interessanter. Das ist auf jeden Fall was interessantes. Guck mal da ist ein echter Körper. Ich würde gerne abhauen. Danke. So und ab jetzt sieht es wirklich fast genauso aus. Ach geil. Okay. Wir hauen einfach nur drauf. Das sollte eigentlich schon ausreichen. Ich weiß noch nicht was wir da gemacht haben. Was war das denn? Nein die Axt ist definitiv sinnvoller. Achso. Das war auch gar nicht knapp. Puh. Au. Sag mal spinnst du? Einfach immer drauf holzen. Das geht ja erstaunlich schnell. Wahrscheinlich müssen wir das mehrmals haben. Ach das ist... Okay. Verdammt. Ich muss das doch schon bringen. Hallo. Ich würde da gerne hin. Achso. Das ist jetzt nicht geklappt. Das ist ein bisschen nervig. Oh oh. Ich versuche sie gerade mal einigermaßen gleichmäßig wegzuhauen. Erst runter bitte. So und jetzt bitte. Wie kann ich dem ausweichen? Wieso? Da muss ich da irgendwas Spezielles tun? Hat eins. Ah ich seh schon. Wir müssen jetzt wieder irgendwie abholen. Der Bruder kommt direkt zu uns hin. Will er mich verarschen? Hallo Vergil. Die wetteln sich also schon in seinem Ende. Ich muss sagen, das war in Teil 4 weitaus schwieriger bisher. Da musste man so Kanonen aktivieren und alles, was ich erst überhaupt nicht gefunden hatte. Oh oh. Oh, andere Richtung. Haben wir was abbekommen? Ich bin mir gerade unsicher. Hey. Verdammt. Ich weiß nicht was ich dagegen machen soll. Geht das schon mal nicht. Komm. Das war's. Zum Glück haben wir die einigermaßen gleichmäßig. Obwohl das war ziemlich egal glaube ich. Komm zeig mir dein hübsches Auge. Und. Ein kräftiger Zug am Auge. Das muss ganz schön wehtun. Aber das war's doch noch nicht. Das sind aber auch. Was soll ich da jetzt machen? Achso. Auffahren. Das ist ja leicht. Komm schon. Da muss ich noch was besseres. Nein. Bitte drauf. Hallo. Danke. Hier ist auf jeden Fall nicht so ein Rätsel wie im vierten Teil. Wie man den überhaupt besiegen muss. Oh. Das heißt wir haben ihn außen praktisch ziemlich fertig gemacht. Und er und Virgil schafft das innen schon praktisch alleine. Aber das war's immer noch nicht. Es kommt auf jeden Fall noch ein Level. Bin ich mir ziemlich sicher. Mach nicht die Stimmung kaputt, Overtimer. Mach nicht die Stimmung kaputt, Overtimer. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Joa. Die Welt ist gerettet, sieht man sofort. Und jetzt werden wir wahrscheinlich beschuldigt, weil wir die Terroristen sind, ne? WTF? Das ist jetzt was ich gerade gesehen, Bro. Was? Ah, ich komm nicht so schnell hinterher. Achso, das sind die ganzen Posts über die Monster die man gesehen hat. Und Fotos natürlich. Sie sind überall. Demons, we have awoken. Dämonen, wir sind aufgewacht. Aber we have been awoken wäre logischer gewesen. Wir wurden aufgewacht, heißt das das? Da hat Papa aber Mist gebaut. Müssen wir jetzt nicht noch Sparda retten? Ich mein, das wäre doch noch... Als guter Sohn, mein ich. Oder war's das jetzt wirklich? Das... Wow, wir haben echt gut abgeschnitten. ... Ach, nur zwei. Da kommt doch noch was. Das Ende. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich einen überlebe so lange oder beschütze irgendjemanden? Das wäre irgendwie ziemlich mies. Weil ich sowas nicht leiden kann. Ja, komm, machen wir das. Geplänkel. Das ist mir hier fast nicht. Das auch fast nicht. Arbeiter. Ja, das können wir nochmal nehmen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns erstmal beim nächsten Mal wieder, wenn wir diese letzte Mission hier angehen. Okay.